Yo, Digga, die WhatsApp-Gruppe ist so tot. Hast du ne Idee, wie wir die wieder lebendig machen? Yo, Digga, ich hab die perfekte Idee. Die ist so krank. Okay, pass auf. Okay, ich pass auf. Die Gruppe ist so tot. Die Gruppe ist so tot. Hey, Bruder, was machen wir bloß? Die Gruppe ist so tot. Hey, Bruder, was machen wir bloß? Die Gruppe ist so tot. Die Gruppe ist so tot. Die Gruppe ist so tot. Hey, Bruder, was machen wir bloß? Don't fall asleep. You know I don't understand board games. No. No. Come back, please. Please come back. No. Come back, please, man. Come back. Please. I fixed it. Surprise, motherfucker. I want to be the very best. Twelve years later. I think I'm ass ketchup. You niggas can't stop it. Riding around town with pokeballs in my pocket. I'll take a potato chip. Potato chip. We're cool. Fuck. Baby. We hope you like it. It's... It's... You fuck. Na toll, seit gestern bin ich ein Pokémon-Trainer, aber kein einziger Pokémon-Kampf. Na super, selbst die wilden Pokémon entwischen mir immer. Ich kämpfe gegen dich. Na super, endlich mal ein Pokémon-Kampf. Ich win. What? Bullshit! Bullshit? Das kann ich ja auch sagen. Das war nicht mal ein richtiger Pokémon-Kampf. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to kiss me riding dirty, 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 trying to kiss me... How do you say your name backwards? I'm a gay. Gebt doch diesem Video einen Creep-Like-Daumen darauf, abonniert meinen Channel, nichts mehr zu verpassen und jetzt kommt, wie versprochen, der Trailer zur Doku-Komi. Viel Spaß! Location. Im K Meathead. Ich bin餘енд Vital Joy, Applause. знак Beats. Beats. Ver MIL-E sins. Beats. Need to. rope. Jezi sir. Und começ. 그것 war. In Frank Bros. In Frank Vide. Italia Sir. This is getan. What? You see. Also, meine Lieben, ich führe euch heute mal ein bisschen durch die Gegend. Wisst ihr, Raven ist nicht mehr in der Lage, seine eigenen Videos zu drehen. Hier sehen Sie einen professionellen Raven. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ich stelle den Fotograf nicht mit der Arbeit. Warum nicht? Weil das nachsieht nicht zu spassen. Meine Damen und Herren, hier sehen Sie ein natürlich lebendes Raven in seiner gewohnten Umlaufbahn. Es holt dich Personen, die für die Kamera nicht sichtbar sind. Standardmäßig ist es auf allen Vieren und bittet ständig um Vergebung, weil es weiß, dass seine Existenz ein Fehler ist. Außerdem sind sie social-media süchtig. Oftmals treiben sie YouTube-Kanäle, um Aufmerksamkeit zu beziehen, wenn sie sich davon ernähren. Gelegentlich verbreiten sie Ego... Gelegentlich vertreiben sie mit ihrem Gesang ihre Feinde, da diese Ohrenkrebs auslöst. Nichts! Nichts!